Dann muss ich mir noch Musik raussuchen, damit es nicht allzu langweilig wird. Weiß ich nicht, auf welche Länge ich das dann mache, je nachdem, wie lange das jetzt hier dauert. Aber es wird dann ein Schnelldurchlauf abgespielt, dann seht ihr, wie ich das baue und dass ich nicht cheate. Und viel Spaß dabei, ich mute mich dann mal. Bis gleich, für euch bis gleich, für mich bis in einer Stunde oder so. Ciao. Vielen Dank. So Leute, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was gemacht hier, wie man vielleicht sieht. Aber das Ganze dauert echt ganz schön lange, das hätte ich jetzt gar nicht so krass erwartet. Aber ist ja eigentlich klar, wenn man so einen großen Raum ausgräbt. Ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, ich mache den nur 51 mal 25 oder 26, 21 mal 26 glaube ich. Aber das schaffe ich jetzt alles nicht so und will ich auch nicht alles im Schnelldurchlauf machen. Selbst der Schnelldurchlauf wird dann ewig dauern. Ich mache das dann offscreen, aber nicht in dieser Session mehr, glaube ich. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe eigentlich. Ich mache das jetzt diese Woche dann offscreen und dann in der nächsten Session wird es dann fertig sein, der große Raum. Und dann machen wir hier weiter. Das heißt, diese Session machen wir jetzt mal was anderes. Ich muss ja eben den Timer wieder starten. Aber das hier, das zeige ich euch jetzt im Vordurchlauf. Das habt ihr ja jetzt gerade gesehen. Das werde ich mit einbauen. Und wie man sieht, ist es auch dunkel draußen. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dunkler. Ich höre was. Oh, hi. Das wird dann unser nächstes Projekt, was dann in der nächsten Session losgeht. Da machen wir jetzt erstmal was anderes. Und zwar würde ich sagen, könnten wir uns mal ein bisschen um die Dorfbewohner kümmern, oder? Welche Richtung war das nochmal das Dorf? Da lang, oder? Oh, bin ich blöd, ey. Nicht blöd. Und zwar hatte ich einen netten Kommentar, wo ich darauf hingewiesen wurde, dass man ab 100 Herzen wohl eine Beziehung führen kann. Und das probieren wir doch mal aus, weil die Priesterin hat ja schon 100 Herzen, glaube ich. Ich mache noch eine Blume mit, vorsichtig selber. Habe ich jetzt überhaupt noch Platz im Kommentar? Dann können wir uns nämlich mal ein Kind machen und das zum Arbeiten schicken. Ich weiß nicht genau, aber es soll wohl gehen mit dem Arbeiten. Dann kannst du mir Bäume fällen. Und so weiter. Was ein Kind halt so macht, ne? Und dann müssen wir uns mal langsam um das Dorf hier kümmern, damit es nicht mehr ganz so schäbig aussieht. Da ich jetzt leider keine Gäste immer, äh, immer noch keine Gäste bekommen habe, müssen wir mal gucken, dass wir selbst ein paar Häuschen bauen. Ey, was machst du bei meiner Frau? Schmied. Warte mal, die Blume ins Inventar. Hallo. 19 Herzen nur. Achso. Ich dachte, ich hätte viel mehr. Schenken. Blume. Vielen Dank. 22 Herzen. Okay, das ist nicht gerade viel. Interagieren. Unterhalten. Habt ihr was gesagt? Ach, feck dich doch, dumme kleine Fatze. Gut, dann machen wir jetzt das Dorf. Dann kann die Priesterin mich eben mal. Schlampe. Jetzt wieso irgendwas mit dem Schmied am Laufen, glaube ich. Der dreckige Bock, der... Ich mache doch da irgendwas. Äh, Axt habe ich gar nicht, wa? Ja, ist natürlich super. Super. Ja, brauche ich auf jeden Fall eine Axt. Eine Axt, bitte. Ein bisschen Stuff haben wir auch bekommen. Kohle und, äh, Eisen. Können wir uns eine Axt machen. Aber ich könnte doch schnell sieben Level farmen und dann mal was verzaubern nochmal. Jetzt habe ich ja wieder einen neuen Trick gelesen in den Kommentaren. Und zwar soll ich, äh, also soll ich, äh, ich hatte ja letzte Folge, wo ich verzaubert habe, nicht letzte Folge. Das letzte Mal, wo ich was verzaubert habe, hatte ich ja gesagt, äh, wenn da viel drinsteht, kriegt man auch viel. Und jetzt habe ich, äh, in den Kommentaren einen Trick gelesen. Da soll oben wohl weniger stehen als unten, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ist das besser. Ah, das werft mich, dass die Zwei nicht so weit wegfliegen. Leute, der Luke kommt ja auch hier durch. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Habe ich mir so schön ausgedacht hier. Jetzt spawnt hier natürlich auch gerade nichts, weil es auch ein bisschen hell hier ist. Ich muss mir was ausdenken. Auf jeden Fall kann da sowieso noch eine Mauer hin. Ne, warte mal. Hier kann doch noch so eine Wand runter. Huch. Achso, das wäre jetzt völlig hier. Fälschlicherweise gebaut, aber ne, so geht das nicht. Das geht so aber nicht. Ah, jetzt wollen wir. Warum habe ich denn das jetzt so gemacht? Ach, es ging gar nicht anders, okay. Ah, ist egal. Ist ja nur, äh, Mob-Spawner. Zum Level-Farmen. Ich könnte das natürlich auch anders machen. Ich könnte das so machen, dass es... Äh... Warte mal. So. Und zwar könnte ich das so machen, dass das hier so, äh... Runterführt. Was mache ich denn hier gerade? Bin ich ein bisschen behindert, oder what? So. Oh, oh. Ah, scheiß mit dem Baby-Zombie. Ich muss mir das einfallen lassen. So. Der führt das nämlich hier runter. Zack. Fangen wir mal zu hier. Äh, so. Dann geht's einmal hier lang. Achso, warte mal. Wie tief muss ich denn überhaupt? Ist richtig, ne? Ja. Waren wir das mal hier zu. Dann geht's nämlich einmal hier lang. Mit einer Fackel. Dann geht's gleichzeitig hier lang. So, da müssen wir ein bisschen alles um die Ecke bauen. Damit es hier dunkel ist. In dem, äh... Zombie-Raum. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ach, fuck. Ich hätte noch eins weiter rüber gehen müssen. Das ist natürlich jetzt blöd. So, da kommen wir unter der Werkbank raus. Ja. Egal, komm. Das mach ich alles später noch schön. Das hab ich schon so oft gesagt, ne? What the fuck? So. Hier ist jetzt der Zombie-Raum. Man sieht nicht allerdings... Äh, man sieht jetzt allerdings nicht so besonders viel. Da kommt ein bisschen indirektes Licht rein. Alter, seid ihr laut. Ach, ich hab meine Saftsäcke hier. Ich würd mal sagen, ich hol mal eine... Hab ich Redstone mitgenommen? Ne, ne? Redstone ist noch in meinem alten Zuhause. Fuck. Hätte ich hier eine Redstone-Fackel hinbauen können. Die ist doch ein bisschen hell hier. Diese Fackel. Hatte ich hier nicht, äh... einen Half-Step hingesetzt? Anscheinend nicht. Wartet mal. Äh... Machen wir nämlich jetzt mal. Alter. Traktor. Zack. Ach so hab ich das gemacht. Dann brauch ich ja bis hier zu bauen. Alter, ist jetzt dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch was, Leute. Die Breitings, glaub ich, auf 50%, oder? Ja. Ist ja auch nur zum Farmen. Zum Level-Farmen schnell. Aber es spawnt einfach nix. Also nicht so viel. Ich glaub, ich bleib mal ne Weile hier in der Nähe. So, hier sind die Zombies drunter, ne? Gut, alles klar. Das heißt, ich werd jetzt hier erstmal anfangen, diese Felder abzubauen. Dann bin ich in der Nähe der Zombies. Dann können die schön spawnen. Und dann können wir runtergehen und die letzten 6 Level noch holen. Eigentlich ist es ja nur noch fast... Warum steht... Warum läuft denn der Timer nicht? Fuck, jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das ist natürlich jetzt blöd. Muss ich nachher mal einen kurzen Cut machen und mal gucken. Äh, Eisen. Ach ja, stimmt. Eisen bringt ja auch Level. So, ne Axt. Äh, ich hab keine Sticks. Zack. Zack und... Warte mal, wie ging das nochmal mit Kuh, ne? Stift und Kuh. Ne, nur Kuh? Steuer und Kuh? Ah ja, Steuer und Kuh. So, ein bisschen Steine hier wegwerfen. Die brauch ich sowieso alle nicht. Alles klar. Dann kümmern wir uns jetzt nämlich mal ein bisschen ums Dorf, damit das besser aussieht. Lassen wir, bauen wir diese scheiß Felder hier ab. Wir brauchen mich kein Schwein. Und wir hören schön die Zombies unter uns. Ich baue hier später wieder Felder an, aber dann halt in meinem eigenen Design. Ich würde auch mal gerne wissen, wenn ich die Häuser alle abbaue und da neue Häuser hinbaue, ob die Leute da auch automatisch einziehen dann. Ist ja nämlich reichlich blöd, wenn das nicht passieren würde. Gucken wir mal. Baby-Zombie habe ich gerade noch gehört sogar. So, der Dorf wird wunderschön, Leute, das sag ich euch jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon, das ist wunderschön. Überlege auch, ob ich echt so eine Mauer drum ziehe. Könnte man eigentlich machen, aber die eine, die so einigermaßen schön aussieht, dann könnte man das so als Art Burg machen, aber dafür habe ich jetzt das falsche Haus gebaut, ne? Wobei der Tausende noch ja nicht richtig fertig ist, da kann man ja immer noch was draus machen. Aus Stein. So. Unser neues Großprojekt also, das Dorf. Neben vielen anderen Projekten. So, du musst auch wegbauen. Tut mir sehr leid für dich, aber du musst weg. Okay, die Zombies hören sich relativ viel schon an. Gucken, wo war das Eingang hier? Mal gucken, was da so abgeht bei den Zombies. Ja, guckt dir mal, da sind doch ein paar. Sterbt ihr Schweine. Jo, komm. Immer schön spawnen, Freunde. Ah, die fliegen so weit weg. Hab ich noch weg auf mein Schwert? Ne, nur Schärfe.